Der Frank ist hier, Franky. Frank, bist du Motorradfahrer? Schon, ich hab mir gedacht, dass du den Helm noch unter und den Helm drinnen hast. Gut gesehen. Jawohl. Ich will. Los geht's. Mach mal beide Strophen, oder? Was hältst du denn hier? Die selbe Strophe. Die selbe Strophe. Das Gart. Hat dich jetzt zwei geschlagen, was hältst du denn hier? Schlatsch, die Hände, für den Frank. Gut vorgesprochen. Ein harter Kahn hat dich jetzt zwei geschlagen, von dir gerissen wurde Südtirol. Die Leute mit den Grüßen ist von Fähne, ihr Ruhm begünstigt, letztendlich mit Wohle. Du bist das Land, dem ich die Treue halte, weil ich so schön bist, meinte oder lang. Du bist das Land, dem ich die Treue halte, weil ich so schön bist, meinte oder lang. Was sagt die Regie? Meine oder seine? Welche? Nicht steuer. Die Treue. Die Treue, das passt mir gut. Hier, nimm sie. Das wäre auch zu verkaufen, morgen im IP drinnen. Dann bring sie nicht mehr zurück. Kannst du sie erörern? Sicherheitsgurt anlegen. Moment, ich mach dir ein bisschen auf. Du hast aber dicke Hände, das kommt von vielen Ohlala, Ohlala. Die nehmt du, nehm ich? Ja, das ist eine Rolex. Hat in Italien am Strand gekauft. Und 50 Euro, viel zu teuer. So, Moment, ich mach dir hier einen Ton. Warte, ich muss dir noch einschalten. Pass auf. Jetzt schalte dich, stell aufhauen, sonst hörst du keinen Ton. Was spielst du jetzt? Du ganz, du wunderschöner Vogel. 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 Musik 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 Ich will das nicht mehr, aber... Sie sind doch... Ja, ich würde mal sehen. Ich würde mal sehen. Ich würde mal sehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen! Nicht schlecht. Muss man sich erst einmal trauern. Hups. Was sagst du? Achso. Heißt schon hochbetonend. Ja, ich kann mich nicht ausbetonend. Wünsche schnell.